Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen. James, der Flaschenbutler, ist ein Geschenk für jemanden, der alles zu haben scheint. Ich schnitze jeden Kopf und die Hände aus Lindenholz. Der Smoking ist dick isoliert und somit hält er den Champagner kühl. Ein Geschenk für jemanden, der alles zu haben scheint.